Hi, hier ist wieder Chris mit einem weiteren Video für euch. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, warum ich ChatGPT benutze. Und zwar habe ich mal vor ein paar Tagen eine Umfrage gestartet und festgestellt, dass viele von euch vielleicht von ChatGPT gehört haben, aber es noch gar nicht nutzen. Das waren so um die 50%. Ich blende das auch gleich mal ein. Kann ja sein, dass sich das ein bisschen geändert hat wieder in der Zwischenzeit. Aber es waren sogar 50%, die das noch gar nicht genutzt haben. Einige kannten das, also sogar ein Großteil. Aber es gibt auch einige, die davon noch gar nichts gehört haben. Und ich bin der Meinung, das ist halt wirklich wichtig. Also meine persönliche Meinung natürlich. Und das wird die Zukunft bestimmen. Also wäre es meiner Meinung nach schon sinnvoll, relativ früh auf den Zug mit aufzuspringen. Wäre natürlich cool, wenn einige Leute sich nach dem Tutorial dazu entscheiden, sich das dann doch mal anzuschauen. Aber klar, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und auch wenn sich das gleich wie Werbung anhört, es gibt wirklich keinen Sponsor für dieses Video. Nicht mal ChatGPT, was natürlich sehr schade ist. Aber was jetzt kommt, sind wirklich meine eigenen Eindrücke und Erfahrungen. Also ich nutze ChatGPT jetzt seit circa ein Jahr plus minus. Ich glaube vielleicht sogar auf den Tag genau. Ich muss da echt mal gucken. Aber für mich ist das auf jeden Fall eine riesige Hilfe. Ich werde das Ganze natürlich anhand von Beispielen demonstrieren, wobei Teil des Tutorials auch in Zusammenarbeit mit ChatGPT entstanden sind. Wie zum Beispiel die folgende Erklärung. Was ist ein KI-Chatbot? Also ich würde es mir mal ganz kurz und knapp erklären lassen. Und die Antwort war halt, ein KI-Chatbot wie ChatGPT oder zum Beispiel auch Gemini ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Programm, das in der Lage ist, mit Nutzern in natürlicher Sprache zu kommunizieren. Sehr cooler Satz natürlich. Und das Coole ist natürlich auch, nicht jede Antwort ist gleich. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel, ich tippe das einfach mal ein, zack. Ihr könnt ja jetzt sehen, dass die Antwort hier in diesem Chatverlauf ein bisschen anders ist. Und man muss sich vorstellen, dass man jedes Mal, wenn man einen neuen Chatverlauf öffnet, ja sich eigentlich mit einer anderen Person unterhält. Aber diese Person halt über die gleichen Informationen verfügt. Die Art und Weise, wie ChatGPT die Antworten generiert, gefällt mir natürlich mit am besten. Also die Antworten selbst, die gefallen mir richtig, richtig gut. Wesentlich besser als die von anderen KI-Chatbots. Und ich wechsle aber ab und zu mal auch hin und her. Das heißt, ich benutze hauptsächlich ChatGPT, aber für aktuelle Informationen nehme ich auch Gemini, weil der teilweise wirklich auf sehr aktuelle Informationen zugreifen kann. Ist bei ChatGPT leider nicht der Fall. Also ChatGPT selbst verfügt über Daten bis, ich glaube, März 2022. Ich muss mal gucken. Ja, nicht bis März, sondern bis Januar 2022. Also gerade wenn ich so in Richtung medizinische Studien gehe, dann schaue ich auch schon mal ganz gerne bei Gemini nach und bekomme dann halt etwas aktuellere Informationen. Aber wie gesagt, die Art und Weise gefällt mir hier richtig gut. Für diejenigen unter euch, die tiefer in die technischen Details von KI und Chatbot eintauchen wollen, erstelle ich noch ein weiteres Video. Kann sein, also wenn es fertig ist, dann wird es ja garantiert, oder mal versuche es, wenn ich es nicht vergesse, wird es hier oben eingeblendet oder steht dann unten in der Videobeschreibung. Also falls man ein paar detailliertere Informationen zu so einer KI-Chatbot wissen möchte. So, jetzt erst mal zu der Frage, warum ChatGPT? Warum eigentlich? Also ihr müsst euch vorstellen, ihr hättet ein riesen Team von Mitarbeitern zur Verfügung, das rund um die Uhr nur für euch da ist. Normalerweise müsstet ihr ja jeden einzelnen Sprechen, die Aufgaben verteilen, um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft. Und ja, mit ChatGPT habt ihr genau diesen einen Mitarbeiter, der sich um alles kümmert. Übrigens auch ein Satz von ChatGPT, fand ich ganz interessant. Aber manchmal überarbeite ich das noch, damit sich das auch wirklich so anhört, wie ich selbst, obwohl man das auch alles einstellen kann. Also das ist Wahnsinn. Also ihr könnt so viele Sachen machen, die sind unglaublich. Also meistens kümmert mich das nicht so sehr, weil ich nicht so viele Texte verfasse, die nach mir klingen müssen. Aber das ist auch alles möglich. Also man füttert sozusagen die KI mit Daten von sich selbst, also wie man schreibt und sagt dann anschließend, die soll es genau so weiterschreiben, wie du halt. Also wie die Person selbst, die das verfasst hat. Also wirklich richtig cool. Also was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist Texte verfassen lassen, Tipps für das nächste Essen oder Training bekommen oder euch einfach mal erklären lassen, wie eine Programmiersprache funktioniert oder einfach mal eine Programmiersprache anfangen zu lernen. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil von dem Themenbereich, was euch mit ChatGPT zur Verfügung steht. Ihr könnt mit der KI wirklich so sprechen, als würdet ihr mit einem Menschen reden, also ganz normal. Und wenn euch was nicht gefällt, ja, dann lasst ihr das einfach korrigieren oder lasst euch weitere Ideen geben. Das Coole ist, dass ChatGPT sich natürlich den Chatverlauf merkt. Also jeder Chatverlauf, also das ist hier jetzt so ein Chatverlauf, da merkt sich die KI oder eben ChatGPT, andere KIs sicherlich auch, die merken sich den ganzen Chatverlauf. Das heißt, ich kann ja unten jetzt eine Frage stellen und der Chatbot weiß, dass ich Bezug auf irgendetwas nehme, was vielleicht davor schon geschrieben worden ist. Was auch klasse ist, ihr könnt zum Beispiel vorher schon festlegen, welche Informationen, also vor Starten des jeweiligen Chatverlaufs, dem Chatbot bekannt sein soll. Genauso könnt ihr während des Gesprächs, aber auch vorher ebenfalls schon bestimmen, wie auf eure Fragen reagiert werden soll. Also kurze und knappe Antworten oder eben sehr ausführliche Antworten mit noch mehr Details. Also so habe ich das zum Beispiel eingestellt. Deswegen sind meine Antworten auch meistens ein bisschen länger. Aber ebenfalls könnt ihr zum Beispiel auch feststellen, wie geantwortet werden soll. Also im freundlichen Stil oder sehr direkt und trocken, sage ich jetzt mal. Aber ich blende die Möglichkeiten ein. Und das Coole ist, alles, was ihr wissen wollt, auch für die Benutzung von diesem Chatbot, stellt diese Frage einfach, spricht einfach dann sozusagen mit ChatGPT. Klingt merkwürdig, ist auch mal wahrscheinlich ein bisschen gewohnheitsbedürftig. Aber ich denke, in sehr kurzer Zeit werdet ihr euch einfach mit diesem Chatbot regelrecht unterhalten. Und das ist für mich zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, weil ich kann jetzt zum Beispiel mit ChatGPT einfach mal so ein Brainstorming machen. Das heißt, ich habe eine Idee und frage ChatGPT, was er davon hält. Und er gibt mir dann halt entsprechende Antworten oder Hinweise, die ich vielleicht erst mal gar nicht berücksichtigt hätte. Auch ein sehr wichtiger Aspekt hier für die Nutzung von so einem KI-Chatbot ist wirklich das Lernen. Ihr könnt mit der KI so sprechen, als würdet ihr direkt mit einem Lehrer reden. Also ihr könnt ja der KI sogar sagen, dass sie sich jetzt wie ein Lehrer verhalten soll oder in die Rolle eines Lehrers schlüpfen soll. Und dann übernimmt diese KI halt diese Rolle. Und wenn ihr wollt, kann der Lehrer euch dann jetzt die binomischen Formeln erklären lassen. Also alles, was ihr in der Schule nicht verstanden habt, könnt ihr hier bis ins kleinste Detail lernen. Ich zeige das Ganze einfach mal an ein paar einfachen Beispielen. Und zwar, ich schreibe jetzt erst mal hier, ich werde dir jetzt ein paar Fragen zu verschiedenen Themen stellen. Mal schauen, wie ChatGPT dazu antwortet. Allein das ist schon sehr cool. Ich fange mal mit einem sehr einfachen Beispiel an. Und das ist, ja, ich denke mal, der ein oder andere weiß das ja so oder so. Aber ich lasse mir das gerne trotzdem mal erklären. Erkläre mir in wenigen Sätzen, was die Relativitätstheorie ist. Also schau mal, wie die Antwort ist. Ihr seht, sehr kurz geschrieben. Die Relativitätstheorie ist ein physikalisches Konzept, das von Albert Einstein entwickelt wurde. Sie besteht aus zwei Hauptteilen, der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie. Die spezielle Relativitätstheorie beschäftigt sich mit Bewegung und Raumzeitverzerrung bei konstanter Geschwindigkeit, während die allgemeine Relativitätstheorie Gravitation als Krümmung der Raumzeit beschreibt. Zusammen revolutionierten sie unser Verständnis von Raum, Zeit und Gravitation und lieferten grundlegende Prinzipien für die moderne Physik. Also schon relativ kurz und knackig. Jetzt geht es mal in die Richtung kreatives Schreiben und ich werde jetzt einfach mal reinschreiben. Schreibe einen kurzen Absatz über einen Sonnenuntergang am Meer. So wird ein bisschen die Kreativität geprüft. Also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ein Sonnenuntergang am Meer ist ein atemberaubendes Naturschauspiel, das die Sinne berührt und die Seele beruhigt. Die Sonne taucht langsam hinter den Horizont, während ihre strahlenden Farben den Himmel in ein spektakuläres Gemälde verwandeln. Die reflektierenden Wellen des Meeres glitzern und tanzen im sanften Licht, während sich Küste in warme Schattierungen von Orange, Rosa und Violett hüllt. Der Moment des Sonnenuntergangs lädt dazu ein, innezuhalten, die Schönheit der Natur zu schätzen und sich mit dem endlosen Rhythmus des Ozeans und des Himmels zu verbinden. Richtig cool. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Bisschen in Richtung Programmierhilfe. Wie definiere ich eine Funktion in Python, die die Summe zweier Zahlen berechnet? Also selbst das geht auch. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. In Python kannst du eine Funktion definieren, die die Summe zweier Zahlen berechnet. Auf folgende Weise. Python, def, summe, a, b. Diese Funktion berechnet die Summe von zwei Zahlen. Return a plus b. Hier wird eine Funktion mit dem Namen Summe definiert, die zwei Parameter a und b akzeptiert. Innerhalb der Funktion wird einfach die Summe dieser beiden Parameter berechnet und mit return zurückgegeben. Um diese Funktion zu verwenden, kannst du einfach die gewünschten Zahlen als Argumente übergeben. Python-Ergebniskisch, Summe 5.3, Print Ergebnis. Ausgabe 8. Dieser Code würde die Summe von 5 und 3 berechnen und das Ergebnis 8 ausgeben. Ihr seht, er programmiert auch und das nicht nur halt in Python. Das macht er mit VBA-Programmierung. Python halt selbst für bestimmte Programme. Also bei mir war es zum Beispiel viel mit Cinema 4D, so ein Programm. Oder jetzt auch mit Excel. Da ist er jetzt auch Python integriert. Und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also ihr seht selber, was ihr da rausbekommt. Ihr habt dann zwei Bereiche. Also einmal wird hier die Funktion aufgebaut. Und hier wird gezeigt, wie hier auf die Funktion zugegriffen wird. Hier ist ja die Funktion Summe, die ist hier oben dann definiert. Und das wird dann halt dem Ergebnis zugewiesen. Und das wird dann hier über die Print-Funktion ausgegeben. Also wirklich relativ simpel. Aber man kommt sofort zum Ergebnis, wenn man etwas sucht. Wir werden jetzt mal schauen, wie Chechipiti auf Sprachen reagiert. Wie sagt man Guten Morgen auf Japanisch? Also könnt ihr mal selber vorlesen. Ich kenne mich da nicht aus. Und ihr könnt das wahrscheinlich auch so gar nicht aussprechen. Aber schauen wir mal, was dabei rauskommt. Guten Morgen auf Japanisch sagt man Ohayou Gozaimasu. Es ist doch ein Hammer, oder? Und zum Schluss noch mal ein kleines Rezept. Gib mir ein einfaches Rezept für eine vegetarische Pasta. Zack. Und die Anleitung, wie man das macht. Auf jeden Fall seht ihr hier schon mal, in welcher Art oder wie vielseitig halt Chat-GPT. So ist, wie gesagt, nur ein Bruchteil. Wirklich ein kleiner, kleiner Bruchteil von dem, was mit Chat-GPT alles möglich ist. Also ich habe hier eine Seitenliste, die ist so lang. Und die habe ich wirklich schon dreimal geleert. Ich will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Die ist wirklich ellenlang. Für alles, was mich selber interessiert. Zum Beispiel wusste ich vor kurzem noch nicht mal, wo man Speiseöl, also altes Speiseöl, entsorgt. Und ja, kriegt man halt eine Info. Kommt in den normalen Hausmüll. Aber das muss man erst mal wissen. Am besten eine Plastikflasche einfüllen wahrscheinlich, damit es dann halt nicht kaputt geht und die ganze Tonne dann halt vollsifft. Aber wie gesagt, meistens nutze ich das für Brainstorming. Ich habe ja viele, also wirklich einen Haufen Ideen, viel zu viel. Kann ich alle gar nicht umsetzen. Und wenn man halt viele Sachen macht, wie halt Webseiten, mehrere YouTube-Kanäle, dann hat man einfach viel zu wenig Zeit und versucht natürlich dann die Zeit auch mit so einem System hier rauszuholen. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen mehr auf meine Erfahrungen und Anwendungen ein, die ich mit ChatGPT gesammelt habe. Also ich nutze ChatGPT zum Beispiel für eine Vielzahl von Themen von Programmierung über Stammzellenforschung, vor allem CRISPR oder Nanotechnologie bis Weltraumforschung. Also alles, was mich so interessiert. Ich sage jetzt mal alles, was spannend ist und so weiter. Oder wo man mal Videos gesehen hat, wo viele Dinge vielleicht ein bisschen zu komplex waren oder wo man einfach detailliert weitere Informationen möchte. Ich stelle aber auch zum Beispiel viele medizinische Fragen, wie bestimmte Krankheiten halt entstehen können. Aber meistens geht das so in diese Richtung, dass ich dann halt checken will, gibt es eine Lösung dafür, kann man Dinge halt wieder heilen, wo ist der Forschungsstand. Wie gesagt, wenn es dann um den Forschungsstand geht, switche ich mal ein bisschen rüber zu Gemini, weil die Daten halt noch ein bisschen aktueller sind. Und das ist wirklich auch hochinteressant und man kann sich da wirklich drin verlieren. Also man geht dann noch weiter, noch weiter und ist dann aber auch sehr detailliert informiert. Gerade wenn es um die eigenen Krankheiten geht, habe ich manchmal das Gefühl, dass man da manchen Ärzten da vielleicht sogar einen Schritt voraus ist. Also wenn ich da manchmal Fragen stelle, die gucken mich nur an. Aber ist ja klar, wenn man was Bestimmtes hat, dann geht man natürlich auch selber viel, viel tiefer in diese Materie rein. Und wenn ein Arzt das machen würde für jede Krankheit, dann müsste der wahrscheinlich 100 Jahre lernen. Aber ich habe ja schon gesagt, gerade diese Art von Brainstorming, regelrecht so ein bisschen plaudern über bestimmte Dinge und im Grunde genommen so ähnlich wie Ideen austauschen. Du gibst eine Info ein, bekommst halt immer eine Antwort und wenn du ein bestimmtes Thema hast, dann kannst du dir halt dazu Informationen geben lassen. Und selbst wenn du so ein Konzept hast, wie du es am besten machen würdest, dann würde ich, na ich wette nicht, aber dann würde ich schon fast wetten, dass die ein oder andere Idee garantiert noch dazu kommt. Oder halt eine Sache, wo du sagst, oh Mist, daran hast du gar nicht gedacht. Stimmt, das ist ja auch noch wichtig. Das sollte man auf jeden Fall mit bedenken. Auch cool ist zum Beispiel, wenn ich Fragen über Nahrungsergänzungsmittel stelle. Also wie gesagt, man kennt das ja, wenn man sich halt nicht so gut ernährt oder mal den gleichen Kram futtert, dann richtet man seine Blicke ja manchmal auf Nahrungsergänzungsmittel. Und da fand ich zum Beispiel spannend, ja, wie die Nebenwirkungen sind oder was sich damit alles verändern kann. Oder wie schon gerade gesagt, bei medizinischen Problemen ist das mal interessant, wenn man so in diesen Forschungsbereich geht und sieht, welche Forschung die gerade betreiben, wo man dann sagt, hm, klingt ja interessant. Dafür gibt es ja auch das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel. Klar, so eine Sachen muss man oder sollte man auf jeden Fall mit seinem Arzt besprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bei mir sind das Dinge, die nicht gefährlich sind, sage ich jetzt mal so. Wenn ich jetzt Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, dann sind das welche davon, ähm, Kilo vielleicht nicht unbedingt. Aber bei den Mengen, die ich jetzt zu mir nehme, da kann ich wahrscheinlich die fünffache, zehnfache Dosis nehmen, bevor da irgendwas gefährlich werden kann. Auf jeden Fall ist für mich so ein KI-Chatbot oder eben halt, wie gesagt, ChatGPT wie ein digitales Schweizer Taschenmesser. Und der Spruch, der kommt nicht von mir, der kommt auch von ChatGPT selbst, fand ich sehr interessant. Aber ist halt so, ein digitales Schweizer Taschenmesser passt wirklich. Also wenn man irgendeine Frage hat und was ich auch cool finde, ist Bedienungsanleitungen. Ich habe letztens, habe ich was gesucht und habe mir dann halt wirklich, ja, das erklären lassen von ChatGPT. Man sucht ja manchmal Sachen und das kennt man ja auch selber. Man sucht im Internet irgendwie nach einer Lösung. Also ich habe vorher auch immer Foren durchforstet und so viel Zeit teilweise verloren mit unnötigen Kram, den man dann liest, bis man dann vielleicht mal zu einem Ergebnis kommt. Und ja, manchmal kam man gar nicht zu einem Ergebnis, man hat stundenlang gesucht und kam dann auch halt irgendwie nicht weiter. Und bei ChatGPT, ja, man kann jetzt sagen, okay, ich habe dieses und jenes Anliegen, schreib mir mal detailliert über genau dieses Thema. Und dann bekommt man halt kurz und knapp seine Antworten. Und wenn man die halt detailliert und ausführlich möchte, dann sagt man einfach, ich möchte gerne eine ausführliche Beschreibung von dem und jenem. Und das ChatGPT gut ist, hört man ja auch immer wieder, wenn es um Abschlussarbeiten geht. Die Chatbots, die sind nämlich schon so gut, die schreiben ganze Arbeiten, also richtig krasse Aufsätze oder sogar Bachelorarbeiten. Und was ich auf jeden Fall noch dazu sagen kann, ich ärgere mich wahnsinnig, dass diese Möglichkeit nicht schon zu meiner Schulzeit zur Verfügung stand. Ich habe zum Beispiel wirklich in einigen Fächern halt Probleme gehabt. Damals gerade so verkürztes Fachabitual, das habe ich gar nicht bestanden. Das war auf ein Jahr beschränkt und da ging das hintereinander, bam, bam, bam. Und gerade auch, ja, was binomische Formeln anging, da ich damals mal so eine Klasse übersprungen und ich glaube, also nicht übersprungen, sondern bin in so eine Art Erweiterungskurs gekommen. Und dadurch, dass ich in diesen Kurs gekommen bin, hatten die bestimmte Themen schon. Und deswegen wurden die binomischen Formeln da nie behandelt. Waren aber später für das Fachabitur, war das Grundvoraussetzung halt völlig versagt. Und mein Problem ist ja, ich gehöre ja leider zu den Typen, die damals, also jetzt sieht das anders aus, aber damals, ja, es war ein bisschen zu peinlich, sich zu melden. Jedes Mal, wenn man eine Frage hat und man ist nicht weitergekommen oder man hat es nicht verstanden, sich jedes Mal zu melden. Ja, das macht man bis zum gewissen Punkt und dann macht man das halt nicht und versucht, die Sache dann zu Hause zu lernen. Aber im Grunde genommen schreibt man in der Schule nur ab, was auf der Tafel steht, hat aber davon nichts verstanden. Man hat die ganzen Informationen, aber hat sie noch nicht begriffen. Und hätte es zu meiner Zeit halt ChatGPT geben, hätte ich mir das alles Schritt für Schritt ganz sauber und locker erklären lassen. Und wie gesagt, das mit den binomischen Formeln, das habe ich wirklich nochmal nachgeholt, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Monaten. Und zwar habe ich da einen bestimmten Zusammenhang einfach nicht verstanden. Und genau das habe ich mir von ChatGPT genau erklären lassen, obwohl ich das gar nicht mehr brauche, aber das war eine Sache. Irgendwie hat mich das genervt und ich wollte wissen, ja, wieso kann ich das nicht? Warum begreife ich das nicht? Das muss doch irgendeinen Zusammenhang geben. Und da habe ich wirklich ChatGPT gefragt, woher kommt die 2 bei a² plus 2ab plus b²? Und ja, woher kommt die 2 bei 2ab? Dann hat er mir erst mal das Pascal'sche Dreieck erklärt. Und so blöd sich das anhört, und klar ist nicht jeder mal eine Sache auf jeden Fall. Aber dann habe ich begriffen, wo kommt diese 2 her? Und ich bin halt auch ein Typ, ich brauche diese Zusammenhänge, damit das für überhaupt erstmal mein Kopf reingeht. Ich sehe was und das muss für mich verständlich sein. Und wenn ich nicht verstehe, wo kommt jetzt irgendwas her, warum schreibt er das jetzt genau so, blockiert meinen Kopf einfach. Aber auch hier für meine Arbeit als Content Creator, also egal ob YouTube oder auch Webseiten oder auch bei der Erstellung von 3D-Animationen oder Programmierung in Python. Also genau für diese Sachen ist ChatGPT eigentlich schon unverzichtbar geworden. Weil ich habe mir zum Beispiel mit Hilfe von ChatGPT ein Kamerasystem in Python für meine Animationen programmiert, damit das halt wirklich richtig flüssig läuft. Also richtig cool. Habe erst überlegt, wie man das am besten lösen kann und habe das dann halt mit dem zusammen in Python programmiert. Obwohl in Python, ja, bin ich jetzt nicht so der Experte. Also ich kann schon so das eine oder andere, aber war da halt nicht so tief drin, um mir das selber zu programmieren oder auch die benötigten Plugins jetzt hier auf dem Computer zu ziehen und so weiter. Das habe ich mir alles von ChatGPT dann erklären lassen und das hat super funktioniert. Und wenn mal was nicht funktioniert hat, und das ist auch das Coole, wenn mal was nicht richtig funktioniert in dem Chatverlauf, weil der, also ich würde nicht sagen verhaspelt, aber der nimmt dann zum Beispiel, man hat immer wieder Änderungen vorgenommen, gerade bei Programmiercode kommt das ja auch mal vor und man hat eine Veränderung gemacht, noch eine Veränderung, noch eine Veränderung und will dann wieder was ändern, dann gibt es wahrscheinlich auch zu viele Widersprüche. Deswegen mache ich das manchmal so, ich nehme den letzten Stand, der wirklich für mich super ist und cool passt, den kopiere ich mir raus und eröffne dann einen neuen Chatbot. Also fange total clean an und fange aber nicht ganz von vorne an, sondern ab dem Punkt, wo ich dann den letzten Chatbot sozusagen verlassen habe. Und dann schreibe ich, was ich jetzt brauche und das funktioniert, also bis jetzt tadellos. Und das gleiche auch mit der Programmierung von Webseiten, also das ist echt cool. Also man kann zum Beispiel selbst, wenn sich das um eine WordPress-Seite handelt und die haben ja bei der Programmierung ihre eigenen Variablen und Funktionen, die schon einprogrammiert sind, da kann ich mir halt wirklich mit ChatGPT genau das zusammenprogrammieren, was ich dafür brauche. Und ich habe mir zum Beispiel mal ein Plugin erstellt für eine WordPress-Seite und das finde ich eigentlich relativ cool. Aber hat auch ein bisschen gedauert, also bis ich das so hatte, wie ich das brauchte, das hat schon einige Tage gedauert. Ja, obwohl man das wahrscheinlich in zwei Stunden schafft oder noch kürzer, wenn man da wirklich von Ahnung hat, aber wenn man sich das jetzt alles erklären lässt und das ausprobieren muss und so weiter. Und zwar habe ich mir ein Plugin halt für eine WordPress-Seite entwickelt, die automatisch den passenden Titel und die Text aus einem vorher festgelegten Text generiert. Das heißt, ich habe den Text ausgewählt, habe den sozusagen an die KI geschickt, also wirklich nur einen Klick und dann hat der mir daraus einen Titel generiert, hat mir die Text generiert. Also so diese, kennt ihr ja Text, wenn man sagt, okay, der Artikel, der handelt von diesem und jenem, halt in einzelnen Wörtern so beschrieben oder was da drin vorkommt. Und das Gleiche halt auch für die Einträge für Yoast SEO, kennt vielleicht nicht jeder, aber der mit Webseiten zu tun hat, der kennt eigentlich diese SEO, also SEO für Suchmaschinenoptimierung. Und selbst da wurden dann halt genau diese einzelnen Texte oder Titel, Tags und so weiter direkt eingetragen. Also wirklich ein cooles System, aber wie gesagt, habe ich nur kurze Zeit benutzt, weil ich mich dann auch wieder um ganz andere Sachen gekümmert habe. Man hat einfach immer viel zu wenig Zeit. Was ihr noch machen könnt, ihr könnt zum Beispiel auch einen eigenen Chat-GPT aufbauen, also einen eigenen GPT sozusagen, der nur jetzt mit euren eigenen Informationen gefüttert wird. Und ihr könnt ihn entweder für euch selbst benutzen, also mit euren eigenen Informationen. Und ihr seid auch dann die einzigen, die da halt Informationen eintragen und die Antworten dann bekommen. Oder ihr könnt das Ganze sogar dann veröffentlichen oder halt nur für Leute freischalten, die den Link dazu haben. Und da es halt viele gibt, die jetzt schon so eigene Chat-GPTs oder GPTs aufgebaut haben, die auch öffentlich sind, habt ihr natürlich eine Unmenge an Möglichkeiten. So ähnlich wie Plugins, wo ihr sagt, okay, ihr wollt Chat-GPT benutzen, aber mit diesem GPT zusätzlich, also mit diesem, ich sag jetzt mal wie Plugin, was dann mit zusätzlichen Informationen versorgt worden ist, die genau auf ein bestimmtes Thema halt zugeschnitten sind. Also wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ja, der Punkt Vorsicht und Verantwortung. Also ein paar Punkte habe ich mir von Chat-GPT mal aufschreiben lassen. Die hätte ich nämlich ehrlich gesagt schon fast vergessen, weil ich bin ja schon so damit immer beschäftigt, Fragen zu stellen, Antworten zu generieren, um mal weiterzukommen. Und auf jeden Fall ist der Punkt Vorsicht und Verantwortung wichtig. Man muss auf jeden Fall bedenken, dass eure Fragen, die ihr jetzt Chat-GPT oder Gemini und so weiter stellt, die Daten kommen natürlich ins Netz. Und viele davon werden auch für die Weiterentwicklung von solchen KI-Chatbots verwendet. Also achtet darauf, welche Informationen ihr da selbst von euch preisgebt und wie das überhaupt mit dem Datenschutz bei der jeweiligen KI geregelt ist. Also das ist ganz, ganz wichtig, bevor ihr da halt wirklich sagt, ja, ich habe eine komische Kreditkarte, die funktioniert nicht mehr so richtig, die Nummer so und so und so und wie kann man das reparieren? Ihr wisst schon, was ich meine, jetzt ist natürlich völlig übertrieben und blöd, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also nicht zu viele Informationen preisgeben, die ihr nicht preisgeben wollt halt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich den einen oder anderen vielleicht einen kurzen Einblick geben konnte, wie ich selber Chat-GPT nutze. Also für mich spart das Unmengen an Zeit, wirklich. Und eröffnet natürlich immer neue Möglichkeiten, auch für Kreativität und Lernen. Das heißt, alles, was ihr nicht wisst, könnt ihr fragen, könnt ihr euch beibringen lassen. Wollt ihr kreativ sein? Na klar, man ist kreativ, man hat seine Ideen. Aber das Coole ist, man gibt diese Ideen halt ein, man bekommt dann nochmal Input für weitere Ideen oder weitere Richtungen, was alles noch möglich ist. Also das ist, also für mich ist das absoluter Wahnsinn. Ich bin absolut begeistert, vielleicht ist es auch nur die Anfangsphase. Also ich würde gerade sagen, diese Freude, das System immer zu benutzen, ist bis heute ungebrochen. Und macht mich natürlich immer traurig, wenn ich dann höre, dass hier irgendwelche Regeln erstellt werden müssen oder sollen. Und ich denke dann immer, dass die da irgendwelche Einschränkungen machen, die auch gerade diesen Bereich für diese Selbstnutzung, das Lernen und so weiter dann eingeschränkt wird. Also ich hoffe, wenn die da Regeln schaffen, dann halt wirklich nur für die gefährlichen Sachen, sage ich jetzt mal, gefährlichen Substanzen. Aber ansonsten soll das komplett offen bleiben. Und ich denke immer, dass extrem viele Leute davon profitieren. Also wenn wir das nicht machen und wir das nicht nutzen dürfen, andere nutzen das und werden uns dann bald um Längen überrunden. So, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu anstrengend für euch. Und ich habe jetzt noch eine letzte Frage an ChatGPT. Wie komme ich jetzt am besten aus meinem bequemen Sessel? Um sicher und bequem aus deinem Sessel zu kommen, kannst du folgende Schritte befolgen. Eins, setze dich aufrecht in deinem Sessel hin und lege beide Hände auf die Armlehnen oder die Sitzfläche, um Stabilität zu gewährleisten. Zweige deinen Oberkörper leicht nach vorne, um dein Gewicht zu verlagern und den Schwerpunkt über deine Füße zu bringen. Drücke dich langsam und kontrolliert mit den Händen von der Sitzfläche hoch, während du gleichzeitig deine Beine benutzt, um dich zu unterstützen und aufzustehen. 4. Stehe langsam auf und achte darauf, dass du während des Aufstehens das Gleichgewicht behältst. Vermeide plötzliche Bewegungen, um das Risiko von Stürzen zu minimieren. 5. Wenn du aufgestanden bist, mache ein paar langsame Schritte, um sicherzustellen, dass du stabil und ausgeglichen bist, bevor du weitergehst. Indem du diese Schritte befolgst und langsam vorgehst, kannst du sicher aus deinem Sessel aufstehen, ohne dich zu verletzen oder zu stolpern. Alles klar. So, jetzt wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.